heute zeige ich ihnen mal wie gewaltfreie kommunikation garantiert nicht funktioniert herzlich willkommen hier auf dem kanal für gewaltfreie kommunikation und persönlichkeitsentwicklung ich bin marcus fischer und wenn sie mich kennen wissen sie ich möchte in die gewaltfreie kommunikation als das vorstellen was sie mal gedacht waren nämlich als eine wirklich hervorragende methode der persönlichkeitsentwicklung der selbstklärung und natürlich dann auch im endeffekt der besseren kommunikation aber eben nicht als ein tool oder rhetorisches mittel um irgendwie mal schnell die kommunikation zu verbessern und hin und wieder surfe ich mal auf youtube und guck was es wieder neues gibt im bereich der gewaltfreien kommunikation und so habe ich auch diesmal etwas gefunden ein lehrvideo von einer weiterbildungsplattform wohl ursprünglich englischsprachigen weiterbildungs die jetzt aber auch im deutschsprachigen raum sehr viele nett gemachte videos anbieten und siehe da ein ganz frisches video zur gewaltfreien kommunikation hat mich natürlich gefreut weil ich bin super wenn sich die sache verbreitet aber dann habe ich reingeschaut und dachte nein 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 nicht schon wieder so ein wirklich leider sehr sehr oberflächliches video dass die gewaltfreie kommunikation wieder mal so muss ich sagen ziemlich falsch darstellt und deswegen möchte ich ihn heute mal an diesem beispiel das zeigen und mir ist wichtig mir geht es nicht darum diesen kanal schlecht zu machen er macht tolle videos glaube ich so was ich gesehen habe breites bildungsangebot nur das ist halt immer das problem wenn dann jemand so ein lehrvideo macht der eigentlich die methode gar nicht verstanden hat der das buch buch gelesen hat so kommt es bei mir rüber darauf von begeistert ist das glaube ich den menschen auch die das gemacht haben aber dann ein sehr sehr oberflächliches verständnis logischerweise davon mitbekommen haben und das dann weitergeben und da macht man halt leider manchmal wie auch in diesem falle mehr kaputt als sinnvoll und das ist schade weil das die methode in misskredit bringt deswegen möchte ich mit ihnen heute das mal hier durchgehen und wie gesagt nicht um mich darüber lustig zu machen um das schlecht zu machen aber es bringt eben auch nichts wenn man die sachen unkommentiert durchgehen lässt da ist niemand mit gedient im gegenteil da kommt doch wieder nur rum er die gewaltfreie kommunikation funktioniert ja wieder nicht also lassen sie uns mal das video reinschauen gemeinsam und dann werde ich das kommentieren es gibt zwei arten der kommunikation gewaltvolle und gewaltfreie und ein ganzes spektrum dazwischen gewaltvolle kommunikation ist zwanghaft manipulativ und verletzend sie beinhaltet verallgemeinerungen und eine sprache die angst scham oder schuldgefühle hervorruft ja da geht es schon los also an dem ton und der ausrichtung hier in dem video sehen sie schon es geht wieder mal um bestimmte formen der kommunikation also wenn man scham hervorruft angst hervorruft schuld hervorruft dann gilt das als gewaltvoll ich will nicht sagen dass das immer die beste möglich schönste möglichkeit ist im gespräch wenn ich das bewusst mache oder um jemand zu manipulieren darum geht es ja nicht aber die vorstellung dass sozusagen diese diese unterteilung ja es gibt also eine art der kommunikation die ruft jetzt angst scham hervor und wahrscheinlich kommt jetzt gleich ja die gewaltfreie kommunikation macht das alles nicht und das ist einfach quatsch das funktioniert so nicht ja die gewaltfreie kommunikation ist eben keine in dem sinne von außen erkennbare form der kommunikation selbst wenn sie jahrelang gewaltfreie kommunikation machen natürlich werden sie in anderen menschen auch schuld und scham hervorrufen manchmal auch sinnvoll bewusst ja weil es halt notwendig sie ist oft unwirksam da sie unsere aufmerksamkeit von der klärung unserer tatsächlichen bedürfnisse ablenkt und uns von der lösung des eigentlichen konflikts abhält die gewaltfreie kommunikation basiert auf der idee dass wir alle die gleichen universellen menschlichen bedürfnisse teilen ja das ist schon mal richtig da hat jemand zumindest mal richtig gelesen das große problem ist jetzt dass meistens kein sinnvolles verständnis davon vorhanden ist was wir unter bedürfnissen verstehen nur weil man sagt man teilt die gleichen bedürfnisse heißt es eben noch nicht dass man wirklich im sinne der gewaltfreien kommunikation verstanden hat was wir mit bedürfnissen meinen zum beispiel das bedürfnis nach vertrauen sicherheit und wertschätzung ja da kommt schon der klassiker wertschätzung ist in den allermeisten fällen wenn man darüber reflektiert kein bedürfnis im sinne der gewaltfreien kommunikation ist es meistens ein wunsch eine forderung nach außen dass man sich anders zu verhalten hat sie können sich immer fragen was steckt denn hinter wertschätzung für ein bedürfnis also was brauche ich denn was 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 erfüllt sich nicht wenn ich den eindruck habe jemand wertschätzt mich nicht sie können es mal anders versuchen wenn sie die wertschätzung oder die abschätzung die abwertung die sehr von außen hören wo sie sagen dass keine wertschätzung wenn sie die nicht glauben würden dann wäre ihr selbst wert davon unberührt oder daran merken sie das ist das bedürfnis ihr selbst wert leidet wenn sie die abwertung glauben und dann wenn sie natürlich sagen jetzt brauche ich wertschätzung dann sehen sie wieder im außen das ist damit nicht gemeint bedürfnisse sind im inneren subjektiv alles was da draußen ist sind keine bedürfnisse gewaltfreie kommunikation ermöglicht es uns mitzufühlen und klarer zu denken dadurch können wir ein besseres und ehrlicheres verständnis füreinander entwickeln ja das klingt doch gut ich weiß nicht was diese beiden mülltonnen mit gegenseitig mitfühlen zu tun haben sollen das ist mir nicht klar aber vielleicht kommt die erklärung ja noch die gewaltfreie kommunikation besteht aus vier schritten beobachtung gefühl bedürfnis und der bitte um das zu verstehen stellen wir uns eine schülerin vor die zu spät zum unterricht kommt der alte jakob ihr ehemaliger lehrer würde normalerweise nur sagen da ist sie wieder anna die trödlerin im unterricht würde er ihr dann das leben schwer machen und ihr zur strafe einen haufen sinnlose aufgaben aufbrummen und beide würden sich für den rest des tages schlecht fühlen also leute also wenn der alte jakob allen ernsten es glaubt dass es eine sinnvolle pädagogische einstellung ist dass wenn schüler schülerin zu spät kommt sie dann den ganzen tag darunter leiden lässt und das nicht vernünftig hinkriegt egal ob mit oder ohne irgendeine art von nicht gewaltfrei ja sonst ja kommunikation dann finde ich hat dieser mensch einfach nichts als lehrer zu suchen kann natürlich auch meine empfindliche stelle ich bin empfindlich bei lehrern mein thema aber das beispiel finde ich sehr unglücklich gewählt der neue jakob ihr jetziger lehrer hat etwas über gewaltfreie kommunikation gelernt und weiß dass sie mit einer klaren beobachtung beginnt während der beobachtungsphase versucht er konkrete fakten zu benennen dinge die genau in diesem moment passieren nein nicht genau in diesem moment was soll man denn da nennen genau in diesem moment neu jakob notiert dass anna 20 minuten zu spät gekommen ist und dass sein puls hoch ist möglicherweise ein zeichen von stress das finde ich dann etwas verärgerlich da steigt gleich mein puls hier also wenn man schon die vier schritte hat wir haben ja nur die vier schritte der waltfreien kommunikation ist ja keine raketenwissenschaft dann wäre es halt gut wenn man die richtig versteht zu spät kommen ist keine beobachtung das ist genau das was wir nicht als beobachtung definieren in der gewaltfreien kommunikation sondern was man beobachten kann ist das sehen sie im grunde auf dem bild hier in dem video die schülerin kommt rein und die uhr zeigt 20 nach acht glaube ich das ist die beobachtung schülerin kommt zur tür hinein die uhr zeigt 20 nach acht was ist die bewertung zu spät dass eine bewertung das keine beobachtung dann der eigene puls das geht in richtung der eigenen gefühle ob ihnen das stress ist einfach zu schnell treppen hochgelaufen was hat das mit der beobachtung zu tun also er beobachtet ja auch nicht seinen blutdruck also das ist eine sehr merkwürdige interpretation dessen was wir meinen mit der gewaltfreien kommunikation mit beobachtung klar machen indem er sich auf seine gefühle konzentriert verbindet sich neujakob mit seinem herzen und kann lernen die verschiedenen dahinter liegenden emotionen zu verstehen das ist wichtig denn was wie wut aussieht kann in wirklichkeit vielleicht traurigkeit sein in diesem schritt ist es wichtig gefühle von gedanken zu unterscheiden nach dem unterricht teilt neujakob seine beobachtung mit und erklärt anna dass er frustriert ist wenn jemand zu spät zum unterricht kommt nein nein es ist nicht frustriert weil jemand das ja es ist traurig es ist halt so simpel und dann doch so kompliziert so erst mal gut das ist mein persönliches ich mag dieses gedöns nicht mit verbinde dich mit deinem herzen weil ein großteil unserer bedürfnisse spüren unser gefühle spüren wir gar nicht im herzen sondern irgendwo anders aber gut das ist so dieses nette bildchen ja er wird wahrscheinlich wütend sein und warum wird wut dann gleich auf traurigkeit zurückgeführt das macht gar keinen sinn wir nehmen in der gewaltfreien kommunikation emotionen sehr ernst und versuchen sie wirklich zu verstehen wut hat wenn man sie untersucht mit bewertenden gedanken zu tun ja also er hat eine menge bewertungen über die schülerin wir wissen ja sogar schon in welche richtung weil wir haben ja sein pseudo bedürfnis schon gehört nämlich wertschätzung das heißt er hat ein paar bewertende gedanken dass diese schülerin ihn nicht wertschätzt kann da die schülerin was dafür nein so also erst mal wütend weil er bewertungen hat über die schülerin vielleicht ist auch traurig das mag sein weil er einen eindruck hat dass seine arbeit nicht gut genug ist und er mit sich unzufrieden ist was weiß ich aber diese verbindung hier warum soll hinter wut dann gleich die traurigkeit kommen das geht viel zu schnell noch dazu sieht das hier so aus dass das der lehrer quasi in der situation mit der schülerin macht das funktioniert einfach nicht das ist eine völlige illusion das ist wieder das thema wo hier gewaltfreie kommunikation so als ein schnelles tool wie ich jetzt so eine kommunikation dann verbessern kann einsetzen kann und das wird ja hier so vermittelt dann spricht er gleich mit der schülerin und erklärt ihr seine gefühle und bedürfnisse das ist nicht der punkt es geht in der gewaltfreien kommunikation nicht darum dass sie allen menschen ihre gefühle und bedürfnisse erklären es geht um selbstverantwortung für ihre bedürfnisse darum geht es schauen wir mal wie es weitergeht da er möchte dass seine arbeit wertgeschätzt wird ja jetzt sehen sie es also er verwendet gewaltfreie kommunikation damit die schülerin seine arbeit wertschätzt hallo das hat doch nichts damit zu tun was mit der intention gemeint ist die intention der gewaltfreien kommunikation wenn wir es jetzt schon auf dem niveau hier haben hier sehr dass er mindestens mal die bedürfnisse der schülerin versucht herauszufinden warum kommt sie denn immer zu spät was ist denn ihre geschichte also erst mal verstehen bevor er selber dann seine themen anbringt das wäre mal wesentlich mehr in richtung dessen was wir vorhaben in der gewaltfreien kommunikation als ihr jetzt zu vermitteln und das scheint er zu tun dass sie sein unterricht nicht wertschätzt weil sie zu spät kommt das ist sein thema nicht dass der schülerin seine eigenen bedürfnisse zu kennen ist wichtig damit wir unser leben bereichern und mit uns selbst in einklang bringen können da ist richtig wenn wir unsere bedürfnisse missachten oder unseren werten nicht gerecht werden sind wir gestresst und frustriert zu verstehen dass wir alle universelle menschliche bedürfnisse haben ist vielleicht der wichtigste schritt in diesem prozess ja da neu jakob erklärt da bin ich mal sehr einverstanden hat jemand zumindest das buch gut gelesen und den wichtigen punkt auch noch reingebracht ja wir haben alle die gleichen bedürfnisse das ist das was sozusagen die menschen vereint und wenn man menschen unterstützt klarer zu bekommen verantwortung für bedürfnisse zu übernehmen dann verbessert sich was in der kommunikation aber nicht das sprechen über bedürfnisse das ist nicht das thema aber da kommen jetzt gleich wieder hin so wie es aussieht anna dass sie einen weg finden sollten die gegenseitigen werte und wünsche zu respektieren erklärt anna dass sie einen weg finden sollten dass sie ihre gegenseitigen bedürfnisse respektieren sollen dafür muss ich doch keinen kurs in gewaltfreie kommunikation machen und was ist das für eine botschaft die botschaft ihr eigentlich hat heißt du respektierst mich nicht dafür müssen wir jetzt nicht eine viertelstunde lang video angucken das war der schülerin auch vorher schon klar dass der lehrer das über sie denkt das ist der punkt der halt immer wieder falsch verstanden wird und dann auch schief geht wenn man denkt ja jetzt habe ich eine technik und dann kann ich besser das vermitteln worum es mir geht und dann macht es der andere auch eher was eigentlich dann passiert ist dass sie die gleiche bewertung vermitteln die sie auch vorher schon im kopf haben weil sie die überhaupt nicht verändert und transformiert haben dafür auch keine verantwortung übernommen haben und das wird dann mit netteren worten vermittelt so und das hat überhaupt keinen effekt im gegenteil es hat wenn dann nur negativen effekt weil es auch noch sehr gestellst ist und häufig unecht klingt funktioniert nicht mal schauen wie es jetzt weitergeht zum schluss gibt es noch die bitte die verdeutlicht welche zukunft sich neu jakob für sich und diese beziehung wünscht klare bitten sind daher entscheidend für eine transformative kommunikation wenn wir um konkrete handlungen bitten finden wir oft kreative wege sicherzustellen dass die bedürfnisse aller beteiligten erfüllt werden was sind denn die bedürfnisse der schülerin die kommen hier überhaupt nicht vor also wie sollen die denn berücksichtigt werden jakob bittet anna pünktlich zu kommen gemeinsam beschließen sie dass anna gar nicht zum unterricht kommt wenn sie es nicht schafft pünktlich zu sein also das ist wirklich sorry my frankness das ist bullshit also was passiert hier der lehrer vermittelt der schülerin also wenn du nicht pünktlich bist dann fühle ich mich nicht gewertschätzt was kein gefühl ist sondern seine bewertung mein pseudo bedürfnis nach wertschätzung ist dann nicht erfüllt also musst du pünktlich sein oder komm gar nicht wenn du es nicht schaffst was ist das für eine bescheuerte lösung aber wenn sie dann gar nicht kommt dann sieht er sich wertgeschätzt oder wie das soll jetzt hier die lösung sein also tut mir leid das ist einfach das ist ein jammer ist ein trauerspiel weil die gewaltfreie kommunikation ist wirklich eine tolle geschichte gerade für lehrer erziehung das ist ein super anstrengender job ich habe höchsten respekt für lehrer bitte verstehen sie das hier nicht dass ich mich über lehrer lustig mache ja überhaupt nicht das ist überhaupt nicht mein anlass hier lehrer ist wahrscheinlich einer der wichtigsten berufe in diesem land überhaupt und es ist ein anstrengender beruf weil es ja um beziehungsgestaltung geht natürlich ist das frustrierend wenn man eindruck hat schüler wenn ich motiviert mache ich nicht mit und das aber gar nicht das hauptproblem glaube ich sondern es sind viele umstände die lehrer in den job echt schwer machen so aber dann hier so eine oberflächlichste pseudo lösung die noch dazu grundfalsches vom ansatz her von der methodik wirklich jetzt sage ich mal im lehrer jargon durchgefallen die vier schritte nicht richtig verstanden und dann noch falsch angewendet bravo es ist keine konkrete bitte pünktlich zu sein dass es das gleiche mit pünktlich ist die beobachtung ist es keine bitte die bedürfnisse schülerin kommen überhaupt nicht vor wertschätzung ist nicht das bedürfnis des lehrers sein selbstwert leidet wenn jemand zu spät kommt weil er eindruck hat die person interessiert sich nicht für seinen unterricht und guess what wahrscheinlich hat er recht könnte sein dass der lehrer langweiligen unterricht macht könnte sein dass der schüler die schülerin viel stress hat könnte sein dass die schüler einfach desinteressiert ist dass sie probleme hat im leben die man mal verstehen könnte um klar zu kriegen also das wäre ein ansatz wirklich mal bedürfnisse ernst zu nehmen und ein lehrer muss klar kriegen dass sein bedürfnis nach wertschätzung da muss er selber für sorgen er kann nicht erwarten dass alle pünktlich kommen und seinen unterricht toll finden einen großteil der wertschätzung muss man da aus sich heraus auch finden dass es einem freude macht guten unterricht zu machen der dann auch nicht trotzdem nicht jedem gefällt das ist normal darf man nicht gleich oh gott die wertschätzen mich nicht nein da muss man seinen selbstwert woanders herholen also das ist echt das ist tragisch dass das wieder so als beispiel hier rüber kommt und das nervt mich dann auch weil das diskreditiert die methode und so funktioniert es einfach nicht wenn sie das ausprobieren werden sie 100 prozent scheitern in jedem normalen gespräch und dann heißt es ja gewaltfreie kommunikation das ist ja doch wieder nur so ein komisches zeug schauen wir mal was noch kommt Marshall Rosenberg der das modell entwickelt hat zeigte die unterschiede zwischen den kommunikationsstilen gerne anhand von zwei tieren der wolf steht für aggression dominanz und gewaltvolle kommunikation die giraffe mit ihrem langen hals und ihrem großen herzen für einen klarsichtigen und mitfühlenden sprecher und einen gewaltfreien kommunikationsstil alle gewalt schrieb rosenberg ist das ergebnis von menschen die sich selbst vorgaukeln dass ihr schmerz von anderen menschen herrührt und dass diese menschen folglich bestraft werden müssen was denkst du über dieses modell ja da ist was dran das ist wirklich die aussage von Marshall Rosenberg immer wieder gewesen und da kann ich auch gut mitgehen und muss man auch immer wieder darüber nachdenken ich bin kein freund davon irgendwelche aussagen von irgendjemand für absolut zu nehmen sondern sie als anregung zu nehmen nachzudenken und die Idee dass natürlich sobald wir die ursache unserer gefühle in andere menschen projizieren dass das die Grundursache von Gewalt ist ja da ist natürlich viel dran und deswegen ist eben das Thema Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle das zentrale Thema in der gewaltfreien Kommunikation und leider ist das Video wieder mal ein Beispiel wo das absolut nicht funktioniert hat ja schade also es ist schade und leider aber auch kein Einzelfall ich habe natürlich bei meiner Recherche für gewaltfreie Kommunikation auch andere gefunden auch wieder einzelne Trainer wo es ganz ähnlich schief vermittelt wird und ja ich fand es auch mal wichtig wieder darauf zu reagieren um es gerade zu stellen auf die Gefahr hin ich will da niemand bloßstellen deswegen habe ich jetzt auch bewusst niemand einzeln hier rausgenommen also kein irgendwie Trainer der dann so Videos macht aber auch da finden sie viele viele Videos wo es ganz ähnlich vermittelt wird und das ist einfach der falsche Ansatz ja gewaltfreie Kommunikation ist eine Selbstreflexionsmethode mit der wir Themen bearbeiten Erfahrungen bearbeiten die uns natürlich in Konflikten dann schlecht reagieren lassen dieser Lehrer hat einfach ein Thema mit seiner eigenen Wertschätzung und das muss er klar kriegen und dann kann er mit der so einer Schülerin auch klar umgehen und das heißt nicht dass er nicht auch sagen kann nee wenn du nicht pünktlich kommst kommst du gar nicht rein weil du meinen Unterricht dann störst aber nicht weil er sich dann wertgeschätzt sieht sondern einfach sagt nee ich will in Ruhe Unterricht machen und natürlich braucht man da Ruhe und braucht die Aufmerksamkeit und wenn dann jemand zu spät kommt oder vielleicht sogar noch mehrere das nervt ohne Ende da kann man mit Klarheit und Ruhe dafür sorgen ohne die Person deswegen persönlich den Schüler die Schülerinnen abwerten zu müssen und natürlich wäre es noch besser gewesen mal mit den wie gesagt der Schüler in ein Gespräch zu gehen und mal zu gucken was denn deren Bedürfnis ist ich meine das wäre das Zentrale für die Beziehung und dass das nicht vorkommt in so einem Lehrvideo das finde ich dann schon wirklich dramatisch daneben gegriffen das ist wirklich schade aber gut ich hoffe Sie finden hier auf dem Kanal genug Videos die Ihnen zeigen wie die gewaltfreie Kommunikation effektiv umgesetzt werden kann wie es funktioniert wie Sie mit Ihren Themen weiterkommen mich würde interessieren natürlich was meinen Sie dazu möchten Sie mehr von solchen Reaktion Videos was halten Sie von der Vermittlung und gerne wenn Sie Fragen Kommentare haben natürlich wie immer unterhalb hier einfach eintragen ich bin nämlich auf alle zu antworten vielen Dank und bis zum nächsten Mal Tschüss Ade Schwenker 21 23 23 23 24 23 24